Hallo, ich bin wie der Dante Sanchez, ha 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 ha! Was macht ein Videoblogger, wenn er absolut keine Ahnung hat? Richtig, kacken. Ich bin tatsächlich zur Hälfte deiner Mutter. Was vermisst du an Berlin am meisten? Einen anständigen FUSH! Wie stylst du deine Haare? Ich dusche, benutze Scheiße, gehe aus der Kacke raus, trockne meine Eier. Dann kämme ich die Schamhaare runter, und dann benutze ich meistens dieses neue Werkzeug namens Hand und hol mir eine runter. Ich bin 50 Jahre alt und einspast. Ich bin dumm und hässlich. Worin ich relativ gut bin, ist, ich kann Leute anscheißen. Ist der Name Karim arabisch? Schisch. Döner. Soos. Soos. Gut beobachtet, der Name Karim ist tatsächlich Scheiße. Wir sehen uns dann im nächsten Video.